Hier kriegt man mal ein schöner schwarzer Rolls-Royce. Hier fallen jede Menge hier rum. Ein bisschen traumhaft schön. Wichtige Luxusschlitten. Hier herrüben ist ein Zappel. Und hier vorne ein kleiner Supermarkt. Vom Rio denkt 5 Minuten zu Fuß. Und ein kleiner Tipp. Hier gibt es ein kleines Reisebüro. Und in diesem Reisebüro kann man zum Beispiel die Evergrades für 35$ buchen. Und bei der TUI direkt, wenn man sie buchen, kostet sie 85$. Das ist halt das Schöne daran. Und hier herrüben ist dann direkt das Rio Hotel. Das ist kurz 5 Minuten zu Fuß, seid ihr hier direkt ans Trip.